Ich schreibe das dann auf, wenn jeder die Lösung abkommt. Ich mach das ordentlich mit. Guck mal, wie schön. Ich hab da keinen Bock dran. Das ist schön. Oh ne, Wolken. Wie seht ihr die Wolken? Der Himmelsleiter, oder was soll das sein? Hier vorne mit Böckchen. Ich hab meiner dabei. Ich hab meiner dabei. Ich hab meiner dabei. Hallo. Hallo. Alles gut. So, das war jetzt nicht sicher. Ich bin jetzt eigentlich schon wieder schreit. Ich bin nicht vergesst. Aber jetzt kommt das Müller. Das ist das Ganze nicht. Ich wollte es nicht sagen. Wir sind jetzt zu, weil du bist dabei. Wir gehen mal weiter. Oh, das sieht ja schön aus. Pferd mit Lampen im Schwein. 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 Also könnt ihr solche Situationen? Ja, sie können auf eine Visiten fahren. Ja klar, ich komme. In die Richtung? Ja. Nimm die Richtung einmal rum, wenn die das wollen wir machen. Nein, du löscht gar nichts jetzt, Jonas. Ja, komm, Steffi und Andreas haben sich die Mühe gegeben und alles ist schön, die wir hier sind. Wo geht's denn los? Ja. Ja. Nein, das ist gut. Ja, das ist gut. Ne, lass uns erst einmal hier geht's. Ja. krieg ich mal Die Augen, das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, die hat sie von mir. Das hat sie auch gekriegt. Oma ist lieb zufrieden, du bist ja auch lieb zufrieden. Was hast du gesagt? Oma? Ja, komm schon, du bist auch Oma. Das auch. Ketschings. Ketschings. Das hele ist ein Schirm. Ketschings. 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 Untertitelung des ZDF, 2020